Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei einem neuen Video wieder mit dabei seid. Mich hat der Traded Up Adventskalender von dm erreicht und wir schauen jetzt gemeinsam ran. Ich freue mich sehr, wenn ihr dranbleibt. Design-mäßig, naja, ich brauche da nicht unbedingt ein Bild einer Dame vorne drauf, die da, was ja nicht, was die gerade veranstalte, tanzt oder so. Innen wiederum ist er irgendwie sehr hübsch gemacht, sehr winterlich gemacht und Let It Glow ist das Motto von der Verarbeitung her. Ihr seht jetzt schon, ich habe mal eins aufgemacht, da ist Plastik-Inlay drin und das ist nicht wiederverwendbar. Das ist ein bisschen schade, das ist halt so ein Wegwerf-Kalender, aber ja, das gucken wir mal. Und was ich gerade noch erwähnen möchte ist, ich habe zwei Unboxing-Videos gesehen und beide hatten ein paar andere Produkte drin. Also die Produkte weichen teilweise voneinander ab und das sehe ich gerade schon im ersten Türchen, weil die anderen hatten was anderes drin. Und deswegen finde ich das total interessant. Bei mir ist jetzt drin der Lip Voluminizer Lip Gloss in einer Rosé-Farbe mit Hyaluron. Schaut so aus. Bei Voluminizing, da müsste wahrscheinlich Chili-Extrakt oder irgendwas, Menthol, ja, bei mir ist Menthol und Minze drin. Ich meine, in der anderen Version war Chili drin, was die anderen hatten. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob der bei mir bleiben wird, obwohl die Farbe ist eigentlich echt hübsch. Türchen Nummer zwei enthält einen kleinen Eyeshadow. Schaut so aus und der ist wirklich mini-mini. Also man kommt, ja, man kommt rein mit dem Pinsel, würde ich sagen. Das ist so ein Rosé-Goldener Ton und ich habe noch keine dekorativen Produkte von Trended Up und deswegen werde ich den sehr gern ausprobieren. In Türchen Nummer drei habe ich ein Rosy Touch Finishing Powder. Das freut mich riesig, weil ich habe gesehen, irgendwer hatte so ein farbgebundenes Puder drin. Also es sind wirklich unterschiedliche Produkte in den Kalendern. Voll cool und ich freue mich über dieses Rosy Touch Finishing Powder. Ja, sehr, sehr schön und es hat sicher so ein bisschen auch einen Glanzeffekt auf der Haut. Weiß ich jetzt nicht, aber sehr cool, freue ich mich sehr drüber. So, Türchen Nummer vier geöffnet und ja, ich habe Nude. Und ich habe gesehen, die eine hatte eben den passenden Lip Liner und dann eben am nächsten Türchen dann den passenden Lippenstift dazu. Ich habe den Nude Lip Liner. Contour and Glide Lip Liner in der Farbe 610. Ja, sehr cool. Also ich habe hier den Nude, deswegen wird wahrscheinlich das nächste Türchen der passenden Lippenstift dazu sein. Und dass der Lippenstift, der drin war, mit einem rosa Packaging. Und tatsächlich, das müsste so ein rosiger Nude Ton sein. Boah, genial. Ich bin total happy. Oh, ein sehr tragbarer Kalender dann für mich in dem Fall. Ich hatte echt Angst vor den Farben, wo ich das gesehen habe. Wer hat jetzt die ganzen Pflaumetöne drin? Wo ich dann gedacht habe, ja, weiß er nicht. So, und hier seht ihr den Lippenstift und den Lip Liner in Kombination. Das ist der Lip Liner, das ist der Lippenstift. Genau meine Farben. Ich bin so happy. Aber es ist halt Geschmackssache. Es werden nachher noch ein paar Nagellacke rauskommen. Das ist halt auch die Frage, ob das Farben sind, die einem zusagen oder nicht. Und wie ihr seht, es ist auch ein Glücksspiel. Also es hätte ja sein können, es ist jetzt Pflaume drin oder irgendwas ganz anderes abgespacedes. Keine Ahnung. Ich bin sehr happy mit den zwei Produkten. In der Nummer 6 befindet sich eine X-Mass Overnight Face Mask in einer Minigröße. 10 Milliliter. Ist auch nett, so mal zum Ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das auch im Standardsortiment so Gesichtsmasken gibt. Also falls ihr das Rascheln hört, die Katze für das Trockenfutter da unten. Ja, also ein nettes Produkt. Hätte jetzt ein bisschen größer sein können. Nummer 7 ist ein Produkt für die Nägel, nämlich ein Dazzling-Effekt Top Coat. Top Coat mit lichtreflektierenden Glaspigmenten. Vielleicht den Nägel einen besonderen Schimmer. Da überlege ich noch, ob das bleiben wird oder ob das weiter wandern darf. In der Nummer 8 ist ein Füllprodukt. Eine kleine Nagelfeile. Aber okay, der Kalender war jetzt erst nicht so hochpreisig. Da kann es schon mal sein, dass das ein oder andere Füllprodukt drin ist. Das wird bei mir weiter wandern. Ich mache gleich weiter mit Türchen Nummer 9. Und die finde ich ja mega goldig. Da sind Nagelsticker drin. Und ich muss mir jetzt echt mal ein Tutorial angucken, wie man die Nagelsticker eigentlich drauf macht. Ich habe das schon öfters probiert und die gehen halt sofort immer runter bei mir. Entweder habe ich zu runde Nägel dafür oder ich weiß es nicht. Die schauen sehr, sehr filigran aus und vielleicht werde ich das diesmal probieren. Ein klassischer roter Nagellack im Türchen Nummer 10. Das ist dieser hier. Ich habe einen noch davon trended up. Habe ich immer aus dem Trashy raus. Das ist so ein richtig metallischer Rohton. Der ist auch nicht schlecht. Aber das hier ist so etwas ganz Klassisches. Und deswegen, da habe ich schon viele, das wird bei mir weiter wandern. Türchen Nummer 11. Sieht wieder aus wie ein Lidschatten. Ja, genau. Das ist noch einmal ein Monolidschatten. Und zwar in einem ganz krassen Goldton. Der wird tatsächlich bei mir weiter wandern. Da habe ich schon was in die Richtung. Und den brauche ich nicht unbedingt. Die Nummer 12 beinhaltet ein Eyeshadow Brush. Sehr schön. Schönes Design auch von diesem Etui dazu. Dass die Pinselhaare möglichst schonend ankommen. Und das ist so ein Glitzerstiel. Und ja, ich finde den schön. Das ist ein richtig schöner Pinsel. Ja, kann man sehr gut gebrauchen. Türchen Nummer 13. Wir machen gleich weiter. Und es kommt ein Nagellack raus. In einem Violett. Wenn ich den dann rausbekomme. Oh je. Kann man auch als winterlichen Ton bezeichnen. Ein ganz dunkles Violett. Ist leider nicht so mein Fall. Wird bei mir weiter wandern. In Türchen Nummer 14 gibt es einen sehr rot-orangenen Lip Liner. Der ist in der Nummer 478 enthalten. Lang anhalten steht nochmal drauf. Und vielleicht passt der auch zu einem passenden Lippenprodukt. Vielleicht holen wir da jetzt ein passendes raus. Das hier ist aber nicht ein passendes Lippenprodukt. Das schaut wieder ganz anders in der Farbe aus. Color Protect Lip Stylo in der Farbe 15. Ich würde auch sagen, es ist so ein dunkler Beere-Ton. Der schaut gut aus. Ich will ihn jetzt nicht zwatschen, weil er schon sehr warm ist. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob der behalten wird. Aber ich finde den auf jeden Fall sehr schön. Und ich habe gesehen, irgendwer hat den hier eben in diesem passenden Rot drin gehabt im Kalender. Wahrscheinlich, möglicherweise, habe ich jetzt aus diesem Lip Liner keinen passenden Lippenstift. Aber ja, ich glaube, ich habe noch keinen roten Lip Liner. Vielleicht bleibt er auch einfach so jetzt in meiner Sammlung. In der Nummer 16 ist ein ganz süßes Lippenprodukt. X-Mas Lip Balm mit Shea-Button. In einem winterlichen Design. Und der kommt hier so in Herzform heraus. Sehr, sehr süß. Ich glaube, den packe ich jemand anderem in den Adventskalender rein. Aber es ist sehr süß gemacht. In der Nummer 17 ist von Trended Up, ist ja klar. Ja, ein Multivitamin Base and Top Coat. Ich habe sowas noch nie probiert. Multivitamin, ich weiß nicht, was das mit den Nägeln macht. Keine Ahnung. Spricht mich nicht so an. Das wird wahrscheinlich eher bei mir weiter wandern. It's beginning to look like Christmas. Die temporären Body Tattoos sind in der Nummer 18. Ja, genau. Also das sind Körper Tattoos, die man sich dann an Christmas aufgeben kann. In einem goldenen Ton. Weiß ich nicht. Ich glaube, da bin ich einfach zu alt für so ein Kram. Also das werde ich weiter wandern lassen. Ich packe auch noch Adventskalender für andere. Und vielleicht hat da jemand anderes ja Spaß dran. In der Nummer 19 ist bei mir ein Contour and Glide Kajal. Mit einem Spitzer in der Farbe 42. Das ist ein Silberton. Das ist ja auch gierig. Übrigens, der Lippenstift hat sich gerade hier so abgetragen. Oh, der ist aber schön. Der Silberton ist sehr schön. Der wird bei mir bleiben. Habe ich bisher auch noch keinen. Und in der 20 befindet sich wieder ein Pinsel. Das ist diesmal ein Lippenpinsel. Ich meine, den lasse ich gleich zu. Ich habe eigentlich kaum Lippenprodukte, die ich wirklich mit Pinsel aufgeben werde. Deswegen wird der bei mir weiter wandern. Nummer 21 wieder ein knalliger Farblack. Ja, Farbe 161. Keine Ahnung. Das ist so ein richtiger lilaner Beere-Ton. Aber schon ein bisschen in die Neon-Richtung, wie ich finde. Also schon sehr knallig. Ist nicht ganz meins. Wird bei mir weiter wandern. Das wäre jetzt 21. Und 22 ist sehr schmal und dünn. Da ist der Gold-Kajal drin. Sehr süß. Eine ganz kleine Größe von einem Gold-Kajal. Nur von Gold-Kajals habe ich schon so viele. Deswegen werde ich den wahrscheinlich auch weiter wandern lassen. Ist auch in einem Christmas-Look. Trended Up Xmas-Kajal steht drauf. Und ja, Gold habe ich viel. Und deswegen, der wird weiter wandern. Türchen Nummer 23 ist nochmal in Folie verpackt. Das dürfte ein Band sein, um die Haare zurückzuhalten. Wenn man sich schminkt oder so mit Katzenohren. Nehme ich immer an, dass das Katzenohren sein sollen. Ist nicht ganz mein Produkt. Das wird, wobei, es kommt immer drauf an. Aber das finde ich jetzt ein bisschen eher kindlich. Deswegen werde ich das weiter wandern lassen. Ja, ich kenne da sicher jemand, wo sich darüber freuen wird. Und Trommelwirbel für die letzte Nummer. Die 24. Und darin haben wir Under-Eye-Patches mit Gurkenextrakt und Hyaluronsäure. Finde ich auch ein sehr schönes Design. Und die werde ich an Weihnachten gerne benutzen. Nochmal ein ganz kurzer Überblick. Das sind die Produkte, die mich verlassen werden. Die jetzt dann nichts für mich sind aus dem Kalender. Und hier unten sind die Produkte, die jetzt erst einmal bei mir bleiben werden. Die ich testen werde. Und ja, das ist doch mehr als die Hälfte. Deswegen sehr, sehr cool. So, Kalender ist ausgepackt. Und sieht mega zerflattert aus. Den darf ich euch gar nicht zeigen. Das ist da Hammer. Aber jedenfalls, was sage ich zum Inhalt? Ich hatte ein bisschen Angst, dass meiner auch so sehr viele untragbare Produkte hat. Ich bin sehr froh, dass ein paar Nude-Töne drin sind. So kann ich mich ein bisschen mehr durch das Trended-Up-Sortiment testen. Und ich finde ihn eigentlich ganz süß. Also so wie meiner auf jeden Fall gestaltet ist, finde ich ihn ganz süß. Es sind ein paar Füllprodukte drin. Ja, okay. Aber ich finde ihn besser als den Essence-Kalender dieses Jahr. Von dem her habe ich ihn gerne ausgepackt. Manche Sachen wandern weiter. Manche Sachen werden bei mir bleiben. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr beim Video mit dabei wart. Und ja, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.